Auf das Stahlwerk Azovstal in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol gehen einem auf Telegram veröffentlichten Video zufolge Brandbomben nieder. Weiße, hellglühende Geschosse sind auf einem Video zu sehen, das Alexander Chodakowski, ein Kommandeur der pro-russischen selbsternannten Republik Donetsk, am Sonntag auf Telegram veröffentlichte. Welche Art von Munition eingesetzt und wann das Video aufgenommen wurde, konnte zunächst nicht verifiziert werden. Ein britischer Militärexperte sagte, es sähe aus wie ein Angriff mit Phosphor- oder Brandwaffen. Phosphorwaffen sind nach internationalen Übereinkommen offiziell nicht verboten. Menschenrechtsgruppen fordern allerdings ein Verbot des Einsatzes wegen der schwersten Verbrennungen, die sie verursachen. Nach Angaben der Ukraine harren noch rund 600 Soldaten in dem Werk aus, von denen 40 schwer verletzt sein sollen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sagte in seiner Videoansprache am Sonntag, Die Verhandlungen über eine Evakuierung aus Asovstal würden weiterhin fortgesetzt.